Du hast nur eine Funktion, bei einer Bestattung zu sehen, dass der Sarg in sein Grab kommt. Das ist die Hauptaufgabe. Habe ich bis jetzt geschafft. Berlin-Weißensee, das ist der größte jüdische Friedhof in Europa, der noch aktiv ist. Hier liegen über 115.000 Tote und die tun einem eigentlich nichts. Es ist ziemlich friedlich hier. Wir sind auf dem Friedhof. Wie sieht es aus? Ist es fröhlicher vom Friedhof? Nein. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Es ist schwierig, dass man das dazwischen den Gräbern legt. Ich hänge da dran, weil ein Teil meines Lebens, meines Schicksals, dieser Friedhof ist. Wenn sie so haben, jüdische Kinder lachen können. Aber das konnten sie eben nur auf dem Friedhof. Jeder Grabstein ist ein Stück Weltgeschichte und unter jedem Grabstein verbirgt sich irgendeine Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017